Musik 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 So, der wurde jetzt kicken. Jetzt lacht er noch. Jetzt lacht der wurde jetzt noch. Na ja, auch weiter. Musik Musik Wir haben ja irgendwann mal Geld reingesammt für die Grube, oder? Haben Sie sicher Fehlchen gekostet? Jetzt stehst du es durch, lass dich nicht abkochen! Jawoll! Wir mussten jetzt wirklich mal durchziehen, wenn er bei mir. Totaler Rudelkampf hier! Opele ist schon wieder im anderen Bereich! Ja, vielleicht gibt es jetzt den Freistoß, den wir verdienen. Hey, du bist im falschen Grund! Hier in deinem Bereich! Oder gehen die Fans rein! Hunde! Wie soll denn das sein? Wir sind alle, die sich nennen! HoNJond! 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 Ab und zu haben Glück halt, ne? Soll ich dem Linienrichter sagen, er soll ein bisschen weggehen? Ja, die Blöder, ja, ja. Ich sag hier, vom Torwart aus links hoch. Naja, weiß ich nicht. Schießt er rauf oder bist du noch Flanken? Werden wir ja sehen. Ob die drei Mann zu links sind? Ja, verstehe ich euch nicht. Wartenball! War 100 Abseits. Wie sieht er nicht hier aus? Ja, war er auch. Hau gegen da! Ja! Jawoll, komm! Komm! Gehen wir weg! Die spielen da schön jetzt. Ja! Boah! Gibt's doch gar nicht, mir zwei! Aber! Boah! 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 Und rein, das Ding! Schön! Schön!! Schiapro! Und rein, das Ding! Kommt auf die Nöhe! Der Spielstand von 0 zu 0 in die Kabine. Das war der Ansatz, liebe Zuschauer. Im Pokal-Achtel-Ginale zwischen den FSV. Und der Kieler. Loser! Das war der gleiche, fast! Wusch! Achtung! Es ist in der letzten Rolle, wir werden hier wieder zurückgegeben und wie wenig sich auskirchen. Einmal mit ihm, hat er gesagt. Es ist immer nicht so begeistert. like, da hinten war das nicht so begeistert. , dass das nicht so begeistert hat. Ja, da hinten war die Hals. Kann doch nicht wahr sein so. Ja, ist bei jedem Einer. Ja, ist bei jedem Einer. Komm, komm, lauf, lauf. Und Randa, mein Stopp für den Ball. Ja, aber scheiße Quarte. Scheiß Schidi. Scheiß Schidi mal wieder. Aber was soll's, trotzdem schönes Spiel. Leider verloren, Pokalspiel 1-0. FSV starke Mannschaft gewesen, aber was willst du machen? Du wirst jetzt nun mal so, ist Fußball. Immer das gleiche. Na denn, schönen Sonntag.